Beatrice Egli feiert mit ihrem neuen Album Balance einen riesigen Erfolg und landet jetzt damit direkt auf Platz 1 der Albumcharts. Beatrice Egli. Ihr Album Balance hat es an die Spitze der Charts geschafft. Es kostete Beatrice Egli, 35, viel Mut, sich im vergangenen Jahr von ihrer alten Plattenfirma zu lösen. Immerhin hat ihr Team dort sie seit ihrem Sieg bei. Deutschland sucht den Superstar immer weiter die Karriereleiter hoch begleitet. Doch die Schlagersängerin wollte sich verändern, einen Neuanfang starten und wechselte somit das Label. Mit einem neuen Team an ihrer Seite hat sie vor einer Woche ihr Album Balance released. Jetzt kann sie den Beweis schwarz auf weiß dafür sehen, dass ihr Wechsel keine Fehlentscheidung war. Denn Balance ist auf Platz 1 der Albumcharts gestiegen. Auf Instagram zeigt sich die Blondine sichtlich gerührt. Ich weine seit einer Stunde immer wieder vor Freude. Ich habe mein engstes Team bei mir. Leider nicht alle. Wir weinen zusammen. Vor Glück. Wir denken ganz fest an die anderen aus unserem Team. Und ich denke an euch. Nach einem langen, am Anfang schwierigen und später immer leichter werden Prozess. Der immer hoch emotional gewesen ist, steht seit heute die Raute 1 in den Albumcharts. Ich kann es noch gar nicht begreifen. Und nicht nur das. Gleichzeitig ist, Balance, auch die Raute 1 in den Radio Airplay Charts. Was macht ihr mit mir? Es zerreißt mich gerade vor purem Glück. Ich möchte euch alle umarmen, ganz festdrücken und mit euch durchfeiern. Ich danke jedem von euch für die lieben Worte, unterstützenden Kommentare, Jubelschreie bei den Konzerten und auch jede stille Unterstützung meiner Musik in den letzten Tagen, Wochen, Monaten und Jahren. Und glaubt mir, ich bin lange noch nicht fertig und unser Neuanfang hat erst begonnen. Heute ist ein schöner Tag für uns alle, ich genieße diesen am Wörthersee bei der Starnacht. Und in Bremen kommende Woche werde ich mit einigen von euch die Raute 1 dann auch live feiern. Voller Glücksgefühle und Dankbarkeit sende ich euch mein Herzherz. Lasst uns gemeinsam wachsen und den Weg zusammen beschreiten, I love you all lächelndes Gesicht, mit Herzen eure Beatrice. Doch nicht nur Beatrice ist vollkommen aus dem Häuschen, sondern auch ihre Fans freuen sich riesig mit ihrem Idol. Beatrice Egli Die Fans gratulieren ihr zu dem großen Erfolg. Oft lohnt es sich, mal kurz mutig zu sein. Das durfte auch Beatrice Egli nun wieder einmal erfahren. Dass ihr neues Album bereits nach einer Woche auf Platz 1 der Albumschatz ist, ist für sie unglaublich. In den Kommentaren unter ihrem Instagram-Beitrag gratulieren ihr viele Fans. Du und dieses tolle Album haben die 1 so verdient. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch zu Platz 1. Ich freue mich gerade mega für dich und dein Team. Sowas von verdient. Well deserved, girl. Herzlichen Glückwunsch!